Halli, hallo, Herrenklo, warum auch immer, früher schon mal ein Damenklo, jetzt sag ich mal Herrenklo. Ja, hat aber nichts mit dem Thema hier zu tun, nicht dass man denkt, ich fände das ein scheiß Thema. Auch wenn hier viel von Wiederverwertung gesprochen wird. Nein! Wir erfahren viel über Überlebenskünstler. Anders, als man bisher annahm, vollzieht sich die Vereinigung nicht wie bei den Bienen während des Hochzeitsfluges, denn im Zeitpunkt dieses Fluges sind die Geschlechtsteile noch nicht reif zur Fortpflanzung. Die Ehe wird erst vollzogen, nachdem das Paar sich gegenseitig die Flügel ausgerissen hat. Ein seltsames Symbol, über das sich manches sagen ließe. Und, nachdem es sich im Dunkel des Termitennestes zusammengetan hat, dass es erst im Tode verlassen wird. Die Termitologen sind über die Art, in der diese Ehe sich vollzieht, nicht einig. Philippus Silvestri, eine große Autorität auf diesem Gebiet, behauptet, dass die Begattung, so wie die Organe des Königs und der Königin beschaffen sind, physisch unmöglich ist, und dass der König sich damit begnügt, die Eier beim Austreten aus dem Eileiter mit seinem Samen zu bestreuen. Nach dem nicht weniger kompetenten Grassi soll die Vereinigung im Nest vor sich gehen und sich periodisch wiederholen. Das Schwärmen Arbeiter, Soldaten, König und Königin bilden den dauernden und hauptsächlichen Grundstock der Gemeinschaft, die unter einem eisernen Gesetz härter als das Gesetz Spachtas ihr habsüchtiges, schmähliches und einförmiges Dasein in der Dunkelheit fristet. Aber neben diesen düsteren Gefangenen, die nie das Licht des Tages erblickten und denen es nie scheinen wird, zieht die raue Gemeinde mit großen Kosten ungezählte Legionen von Jungfrauen und Jünglingen mit langen, durchsichtigen Flügeln und Facettenaugen auf, die sich in der von blind geborenen wimmelnden Finsternis darauf vorbereiten, den Strahlen der Tropensonne zu trotzen. Das sind die ausgebildeten Insekten, Menschen und Weibchen, die einzigen, die ein Geschlecht besitzen, aus dem sollte der stets ungnädige Zufall es zugeben, das königliche Paar hervorgehen wird. Was die Zukunft eines neuen Staates sichern soll. Sie verkörpern die Hoffnung, den holden Wahnsinn, die wollüstige Freude eines Totenreichs, das keinen anderen Ausweg zur Liebe und zum Himmel hat. Von den anderen aufgepäppelt, denn sie sind ohne Protuzon und können die Zellose nicht verdauen, irren sie untätig durch die Galerien und Säle und warten auf die Stunde der Befreiung des Glückes. Endlich gegen Ende des Äquatorialsommers beim Herannahmen der Regenzeit schlägt diese Stunde. Dann wird die unverletzliche Festung, deren Wände bei Todesstrafe für die ganze Gemeinschaft niemals andere Spalten aufweisen, als die zur Lüftung im Entbehrlichen, deren Verbindungen mit der Außenwelt ausschließlich unterirdisch sind, von einer Art Taumel erfasst. Ihre Oberfläche überzieht sich plötzlich mit schmalen Öffnungen, hinter denen die fruchtbaren Körper der Krieger Wache halten und den Eintritt und Ausgang verwehren. Diese Öffnungen liegen an den Enden der Galerien und Gänge, welche die ungeduldige Sehnsucht nach dem Hochzeitsflug zu sprengen droht. Auf ein Signal, das wie alle anderen auch von jener Macht ausgeht, die man nicht sieht, ziehen die Soldaten sich zurück, geben die Ausgänge frei und lassen den lustbebenden Hochzeitszug hinaus. Zugleich, so berichten alle Reisenden, die es gesehen haben, entwickelt sich ein Anblick, neben dem das Schwärmen der Bienen unbedeutend scheint. Von diesem riesigen Bau, ob Miete, Pyramide oder Festung, und da, wo eine Gruppe von Siedlungen besteht, oft auf eine Ausdehnung von Hunderten von Hektaren, hebt sich wie aus einem zum Explodieren überhitzten Kessel eine Dampfwolke von Millionen Flügeln aus allen Rissen quellend. Empor, die auf die ungewissen, fast stets enttäuschten Suche nach Liebe gen Himmel steigt, wie alles, was Traum und Rauch ist. Dauert das herrliche Wunder nur wenige Augenblicke, dann senkt die Wolke sich schwer hernieder zum Boden, den sie mit Trümmern bedeckt. Das Fest ist aus, die Liebe hat getrogen und der Tod tritt an ihre Stelle. Durch die Vorbereitungen aufmerksam gemacht und von ihren unbeirrbaren Instinkt geleitet, eilen alle herbei, dies nach dem leckeren Festmahl gelüstet, das ihnen alljährlich das Fleisch der zahllosen Brautleute des Termitennestes liefert. Vögel, Reptilien, Katzen, Hunde, Nagetiere, fast alle Insekten und besonders Ameisen und Libellen stürzen sich auf die ungeheure wehrlose Beute, die manchmal tausende von Quadratmetern bedeckt. Und das schreckliche Morden beginnt. Vor allem die Vögel stopfen sich so voll, dass sie nicht mehr den Schnabel schließen können. Selbst der Mensch nimmt sich einen Teil der Beute. Er sammelt die Opfer mit der Schippe auf, isst sie gebraten oder geröstet oder bereitet ein Backwerk daraus, dessen Geschmack an Mandelkuchen erinnern soll und das in einigen Ländern, zum Beispiel auf Java, auf dem Markt verkauft wird. Kaum ist das letzte geflügelte Insekt ausgeflogen, so schließt sich immer auf den geheimnisvollen Befehl der ungreifbaren Macht, die darin herrscht, das Termitennest wieder. Die Öffnungen werden zugemauert und die hinausgezogenen scheinen unerbittlich aus der Geburtsstadt ausgeschlossen zu sein. Was wird aus ihnen? Einige Entomologen nehmen an, dass unfähig sich zu ernähren von tausenden von Feinden verfolgt, alle ohne Ausnahme umkommen. Andere behaupten, dass hier und da ein elendes Paar dem Unheil entgeht und von den Arbeitern und Soldaten einer benachbarten Kolonie als Ersatz für die gestorbene oder erschöpfte Königin aufgenommen wird. Aber wie und durch wen sollte es aufgenommen werden? Die Arbeiter und Soldaten treiben sich nie auf den Wegen umher und treten niemals hinaus in die freie Luft. Und die benachbarten Siedlungen sind ebenso vermauert wie die, welche es verlassen hat. Andere endlich sagen, dass ein Paar ein Jahr lang weiter bestehen kann und sich Soldaten aufzieht, die es verteidigen und Arbeiter, die es ernähren werden. Aber wie lebt dieses Paar bis dahin, da ja bewiesen ist, dass es sehr selten Protuzonen hat und folglich die Zellulose nicht verdauen kann? Man sieht, wie widerspruchsvoll und dunkel dies alles noch ist. Sicher ist, dass bei einem so geizigen und vorsorglichen und berechnenden Staat in diesen Vorgängen eine unverständliche Verschwendung an Leben, Kraft und Reichtum liegt, die umso rätselhafter ist, als dies jährliche, alljährliche ungeheure Opfer, das den Göttern derart dargebracht wird, und zwar offenbar zum Zweck der Kreuzbefruchtung. Diesen Zweck vollkommen zu verfehlen scheint. Eine Kreuzbefruchtung ist nur möglich, wenn mehrere Termitennester beieinander stehen, was ziemlich selten ist, und wenn die Hochzeitsflüge an demselben Tage stattfinden, stehen also die Chancen tausend zu eins, dass ein Paar, dem es durch ein Wunder gelingen sollte, wieder in die Geburtsstadt zurückzukehren, dessen desselben Blutes ist. Wir wollen nicht vermessen sein, wenn diese Dinge uns unlogisch oder sinnlos erscheinen. So kann man getrost damit rechnen, dass unsere Beobachtungen oder Deutungen doch unzureichend sind und der Irrtum bei uns liegt, wenn anders, als wir nicht diesen Schnitzer der Natur zur Last legen wollen, die wir auf den ersten Blick so aussieht, als hätte sie noch viele andere Schnitzer gemacht. Nach Silvestris Beobachtungen schwärmen einige Arten nur des Nachts oder in der Regenzeit, um diesem schweren Missgeschick zu entgehen. Andere lassen ihren Schwarm nur in kleinen Gruppen, aber während mehrerer Monate hinaus, um die günstigen Aussichten zu vermehren. Hierbei ist wieder einmal zu bemerken, dass im Termitennest nichts wie im Bienenstock die allgemeinen Gesetze unabänderlich sind. Die Termiten, wir werden dafür noch andere Beispiele finden, sind genau wie der Mensch und im Gegensatz zu den Gewohnheiten aller Tiere, die man vom Instinkt geleitet glaubt, vor allem Opportunisten. Unter Innehaltung der großen Linien ihres Geschicks verstehen sie, wenn es sein muss, mit der gleichen Intelligenz wie wir selbst, sich nach den Umständen zu richten und sich der Notwendigkeit oder einfach der Bequemlichkeit des Augenblicks anzupassen. Im Prinzip schwärmen sie aus und tun damit den Verlangen der Gattung oder der Zukunft oder auch einen eingewurzelten Naturwillen genüge, obgleich das Schwärmen außerordentlich kostspielig und in 99 von 100 Fällen vollkommen nutzlos ist. Aber wenn es sein muss, schränken sie das Schwärmen ein, regeln es oder verzichten sogar darauf oder können es ohne Nachteil entbehren. Im Prinzip sind sie Monarchisten. Nötigenfalls aber unterhalten sie in derselben Zelle zwei durch eine Wand voneinander getrennte Königinnen. Wie TJ Savage beobachtet hat, sogar, wie ihn Haviland festgestellt hat, bis zu sechs Königspaare, nicht gerechnet die Könige und Königinnen, die wir nicht entdecken, weil die Arbeiter ihre Flucht begünstigt haben, hat noch Haviland drei Tage lang gesucht, bis er eine dieser Herrscherinnen am Boden des Nestes unter Abfällen versteckt fand. Im Prinzip, um diese Aufzählung zu Ende zu führen, muss die Königin Flügel gehabt und das Licht des Tages gesehen haben. Aber im Notfalle wird sie durch einige 30 der flügellose Eilegerinnen ersetzt, die nie das Nest verlassen haben. Im Prinzip lassen sie keinen fremden König zu. Im Notfalle, wenn der Thron unbesetzt ist, nehmen sie bereitwillig den König auf, der ihnen vorschlägt. Im Prinzip wird jedes Termitenest nur von einer einzigen, deutlichen, kennzeichneten Gattung bewohnt. In der Praxis hat man mehr als einmal festgestellt, dass zwei oder drei, manchmal selbst bis fünf verschiedene Arten, die vollkommen voneinander verschieden waren, gemeinsam in demselben Nest hausten. Multikulti bei Termiti www.m-m-n-gi-t